Sie befinden sich in Ihrem ISIS-Kurs und möchten eine neue Leganto-Literaturliste anlegen. Klicken Sie hierfür auf Aktivität oder Material anlegen. Suchen Sie das Buchsymbol mit dem Bildtitel Leganto aus der Liste heraus. In dem neuen Fenster wählen Sie oben einen beliebigen Namen für die Literaturliste. Klicken Sie nun auf Speichern und zum Kurs. Die von Ihnen erstellte Verknüpfung erscheint nun in Ihrem Kurs. Klicken Sie auf das neu erschienene Leganto-Literaturlisten-Symbol. Zur weiteren Bearbeitung Ihrer Liste ist es notwendig, personenbezogene Daten weiterzugeben. Bestätigen Sie dies mit Ja-Daten weitergeben. Wenn Sie noch kein Leganto-fähiges Konto haben, erscheint hier das Formular für die Selbstregistrierung. Ergänzen Sie Ihre Daten und klicken Sie auf Informationen speichern. Die Daten werden zusammen mit Ihrem TU-Kontonamen im Bibliothekssystem der Universitätsbibliothek gespeichert. Auf der folgenden Seite können Sie nun eine neue Literaturliste erstellen. Sie können ebenfalls eine bereits existierende Liste aus einem anderen Kurs in den neuen Kurs übertragen. Diese Option beschreiben wir auch ausführlich in unserem Video Infos zum Semesterende. Beginnen wir nun mit dem Erstellen einer neuen Liste in Leganto. Wählen Sie hierfür einen geeigneten Titel und bestätigen dies mit Erstellen. Für eine bessere Übersicht können Sie Ihre Literaturliste auch in einem neuen Registerfenster öffnen lassen. Klicken Sie hierfür auf das Icon oben rechts. Nun können Sie Ihre Liste gliedern, indem Sie entweder eine passende Vorlage auswählen oder eine für Sie geeignete Struktur erstellen. Hierzu beginnen Sie mit Neuer Abschnitt, vergeben einen Titel und füllen die anderen Felder entsprechend aus. Danach klicken Sie auf Erstellen. Um Ihrer Literaturliste neue Titel hinzuzufügen, klicken Sie auf Titel hinzufügen. Hierfür stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Suche im Wissensportal Primo. Hier suchen Sie in unserem Wissensportal direkt aus Legante heraus mit Beliebensstich oder Schlagwörtern. Klicken Sie einen Titel an, wählen Sie den Abschnitt aus, in dem der Titel erscheinen soll und klicken Sie dann auf Hinzufügen. Im folgenden Pop-up-Fenster haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können hier eine Notiz für Ihre Studierenden hinterlassen, zum Beispiel der Titel ist verpflichtend für den Kurs. Sie können aber auch einen Auftrag an die Bibliothek schicken, zum Beispiel ein Printexemplar zum Semesterapparat hinzufügen. Mit dem Button Hinzufügen und Bearbeiten erledigen Sie das in einem Schritt. Die Lektüre-Empfehlung bzw. die Bibliotheks-Services können Sie auch später noch durch Tags ergänzen. Schauen Sie sich dafür unsere Tipps zu den Tags bzw. die ausführliche Beschreibung zum Kaufwunsch an. Mit Neuerstellen können Sie eine Quelle manuell erfassen. Über Datei hochladen bzw. neu erstellen fügen Sie eine Datei, zum Beispiel ein PDF, von Ihrem Rechner hinzu. Bitte beachten Sie dabei das Urheberrecht. Sie werden im folgenden Pop-up-Fenster nach der Lizenz gefragt. Nach dem Hochladen von Dateien müssen Sie zudem Angaben wie Autor, Titel und Erscheinungsjahr eigenständig ergänzen. Die Option Aus Sammlung hinzufügen bietet Ihnen die Möglichkeit, Titel aus Ihrer persönlichen Sammlung diesem Abschnitt hinzuzufügen. Für mehr Hintergrundinformationen schauen Sie auch unser kleines Video Zwischenablage und Sammlung nutzen. Eine weitere Option, Medien in Ihre Literaturliste aufzunehmen, ist die Funktion CIDED. Klicken Sie hierfür auf den Namenskürzel oben rechts und wählen die Funktion aus. Bei Interesse finden Sie ein ausführliches Video zum CIDED-Button in unserem ISIS-Kurs. Sofern Sie bereits ein Literaturverwaltungsprogramm Ihrer Wahl mit Leganto verbunden haben, können Sie Medien aus Ihrem Literaturverwaltungsprogramm nach Leganto importieren. Weitere Informationen zum Thema Literaturverwaltungsprogramm und Leganto finden Sie in unserem ISIS-Kurs. Abschließend sehen Sie in der Liste im jeweiligen Abschnitt Ihren neu hinzugefügten Titel. Für die soeben angehackten Punkte im Pop-up-Fenster wurden automatisch Tags erstellt. Weitere Tags können Sie nun über das Stifte-Icon ergänzen. Die Tags mit dem Icon Dr.Hut sind für die Studierenden. Solche mit dem Buch-Icon nur für das Bibliothekspersonal sichtbar. Um die Liste zu veröffentlichen, das heißt für die Studierenden sichtbar zu machen, klicken Sie auf Liste veröffentlichen. Sie können uns aber gerne auch erst über Bibliotheksüberprüfung Ihre Liste senden. Um die Liste zu veröffentlichen, das heißt für die Studierenden.